Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Mastercam Spotlight Video. Ich möchte Ihnen einmal zwei neue Funktionen zeigen, die in der Mastercam 2024 Version zu finden sind. Das ist einmal ein 3D-Achsenwürfel, den wir hier am unteren Bildschirmrand sehen können. Dieser Würfel beinhaltet praktisch ebenen Ansichten meines Bauteils, die ich direkt anklicken kann. Passend dazu wird dann mein Bauteil gedreht. Ecken und Kanten kann man hier so ein bisschen anklicken, dann wird das Bauteil so ein bisschen freigedreht auf dem Bildschirm. Dann lässt sich sie mit Pfeiltasten so ein bisschen anpassen, links und rechts, nach oben, nach unten. Ich habe auch die Möglichkeit hier, das Bauteil beispielsweise, wenn ich jetzt von oben drauf schaue, über eine 180-Grad-Drehung von unten zu betrachten. Dafür gibt es diese Kugel hier unten, dreht das Bauteil praktisch 180 Grad. Freidrehen natürlich klar, lässt es sich ebenfalls mit der Maus einfach. Durch einen Doppelklick kann ich hier mein Bauteil anpassen auf Bildschirmgröße, auch das ist möglich. Und mit der rechten Maustaste können wir hier Einstellungen vornehmen an diesem Achsenwürfel. Beispielsweise Textgrößen, man kann die Größe des Würfels generell ändern, ihn auch ein bisschen dimmen, schattieren und so weiter. All das sind Möglichkeiten, die wir hier haben, die wir natürlich auch dauerhaft voreinstellen können. Ich sage, okay, kann ich das Ganze übernehmen in die Konfiguration. Für mich erstmal nicht. Eine weitere Neuerung ist die grafische Anzeige von Ebenen beim Bohren. Ich habe also hier im Bauteil eine Kombination aus 3 Achsen und vielleicht auch hier an der Seite 5 Achsbohrungen. Ich werde mir einfach mal die Bohrungen im inneren Bereich vornehmen. Ich gehe auf die Werkzeugwege, einfach mal diese Bohrungen hier. Ändere nochmal die Reihenfolge, die Sortierung. Okay. Wähle dann hier meine Werkzeuge aus. Technologie bzw. Achsenkontrolle. Ja und habe dann meine Verbindung. Sicherheitsebene ändere ich auf 50. Okay. So weit, so gut. Jetzt können wir uns diese Ebenen, diese Bohrungsebenen auch grafisch anzeigen lassen, indem wir hier oben auf mein Symbol klicken, grafische Elemente anzeigen und am Bauteil werden jetzt direkt die einzelnen Höhen oder Tiefen grafisch angezeigt. Und die Tiefe, Oberseite vom Bauteil, Sicherheitsebene. Passt die mal ein bisschen an noch. Auf 20. Die lassen sich natürlich auch manuell direkt mit der Maus ändern. Das heißt, wir können die einfach verschieben. Und alle Sicherheitsebenen werden damit übernommen. Das gilt auch für die Tiefen. Lassen sich ebenfalls direkt eingeben oder manuell verschieben. Und so habe ich relativ einfach die Möglichkeit, diese einzelnen Ebenen anzupassen. Ich kann sie auch hier direkt wieder ändern. Ebenen lassen sich natürlich auch ausschalten. Das heißt, ich kann nur die relevanten Ebenen anzeigen lassen, blende die einfach in der Grafik aus und dann werden nur die angezeigt, die ich auch wirklich praktisch am Bauteil sehen möchte. Okay. Das gleiche im Fünffachsbereich. Hier programmiere ich meine Bohrungen. Okay. Ich werde dann nochmal mein Werkzeug ändern. Meine Achsenausgabe ist dann fünf Achsen. Okay. Und auch hier können wir natürlich über die Verbindung unsere Ebenen grafisch darstellen, die gut zu sehen. Von der Tiefe her bin ich jetzt genau Bauteil Unterkante. Hier würde ich eventuell noch einen Spitzenversatz mit aktivieren. Diesen Spitzenversatz können wir uns natürlich auch hier mit am Bauteil anzeigen lassen und Ihnen nach Bedarf natürlich auch ändern. Das gilt dann in dem Fall für alle Bohrungen am Bauteil, die dann hier in dem Fall natürlich mit angezeigt werden. Also eine weite Neuerung im Bereich Mastercam 2024. 90 90 90 90 90 90 90 90 90 80